Die nächste Woche Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Pause Genau Was ist los Sarah? Leicht verstört Oder DZ Also je länger ich in diesem Discord bin, desto verstörter bin ich und ich bin schon durch Aber freibillig gehst du auch nicht Dann hast du niemanden mehr, der dich stürzt, der mit dir redet, der dir aufs Maul hauen will und dich im Bein vergraben tut Genau Ja, das sind alles negative Sachen Pfff Negativ oder nicht, ich seh's positiv Aufs Verstörende Seite Hey, ich hab's vorhin gedacht, die auch noch abklauten Die ist schon an Ja Dann können wir jetzt über verstörende Sachen reden Hahahaha Die gehen hin Verdammt Darkseider Sarah such aus Sarah, da war Sarah weg Sarah, Sarah weg Sarah war weg Okay Das Problem ist Das Problem ist, ich kann sie jetzt in der Aufnahme nicht runtermoven Pfff Joa Dann mussten euch dann mal schnell einer hoch in den Fortnite Channel und ein Achso, nee, Olaf ist ja gar nicht mehr da Nööö Scheiße, jaa Warum springen wir eigentlich raus? Keine Ahnung Warum wollt ihr auf diese Popel Insel? Warum wollt ihr auf diese Popel Insel? Das war keine Absicht Wohin wollen wir denn jetzt? Gehen es alle dahin Jaa Alles klar Gehirn Pfff Mein Haus Nein Benni Hau ab Abhauen Bam 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 Bis jetzt gegangen Hä? Der Bot Und Ah und Sarahs ganz abgewittelt Internet Scheiße So viel zu Internet, Sarah, ich find jetzt unendlich Dann müssen wir jetzt Dann müssen wir jetzt den Epischen holen, ne? Ja klar Natürlich haben wir den Epischen Was denn sonst? Wohin nicht wurde geschrieben Warte, warum vibriert deine Ma... Warum vibriert deine Ma... Warum vibriert deine Ma... Du hast grad geleckt Das frage ich mich auch, warum vibriert deine Ma... Du hast dich lecker nichts Nee Nicht mal an einem Eis Ah, vielleicht Lolli? Verhoff nicht Nein, ich hasse Lolli Nee, Lolli lutscht man ja Ja okay, stimmt Lolli ist ja... Okay, wir haben's gehört Melvin lutscht gern Nein Das ist alles auf Aufnahme festgehalten Jaaaa Das schneide ich nicht raus Schneidest du raus Nein Nein Da bin ich nur sehr sehr böse So, für alle die diese Folge sehen Lasst einen Daumen nach oben da Wenn Melvin lutschen tut An was lutschen wir denn? Das ist heute jetzt auch nicht Bitte alle deabonnieren Du weißt, dass du mehr Schaden kriegst dadurch als ich? Ja, weil du gar keinen bekommst Jaaaa Hm Aha, aha, aha Aha Pssst Was hat man jetzt auch in der Aufnahme gehört? Äh, ja gut Ich kann nichts für die Ah, shit, shit, shit Das ist doch meine Schwester Ist der Olaf Olaf ist nirgendswo mehr oben auf dem Discord, oder? Nö Schwester Scheiße Na ich meine Eltern Oh Mann Benni kannst du Äh, mal ganz kurz hochswitchen Und Der Sarah sagen Dass wir sie Dann gleich runterholen Wenn die Runde zu Ende ist Ja Weil das geht grad Da muss mich jemanden Das Scheiße Hm Kann ich den Whatsapp Sprachnachrichten schicken? Ja, mach das mal Dann mach das Sarah wir move nicht gleich Wenn die Runde vorbei ist So, mein Geschenk Was hast du bekommen? Goldene Pump Du hast doch bestimmt was für mich übrig gelassen, ne? Ich war Lichtschwerter Ja, ich auch Und hier unten die Kiste lässt der Dude aus der Acht Hier, Melvin Äh, Heilborn Ja, Bandage Geh aus dem Weg Geh aus dem Weg, du Arsch Tu weh Oh, große Munitionskiste Alles meine ucz' front Oh ne Ähm Das lass ich hier Eieieie Was für ne Sauerei Den Melvin hauen wir bei Zubrei Eieieieie Erso Eik, ne? Ja Irgendwann Irgendwann Laufen wir uns über den Weg. Dann werfe ich dir einen fetten Stein vor die Füße. Okay. Eik, wo sind die Füße? Im Lichtschwerterversteck. Die fallen gleich runter. Da fallen sie runter. Äh, hä? Wer redet? Wo? Eik? Ja? Du hast wieder aus Versehen F gedrückt. Ach so! Was denn? Ich rede gerade mit Sarah im Game. Ach so. Ich hab in Game ausgesprochen. Ja, weil du auch gar nichts. Das war nicht F bei mir. Das war nicht X. Ich hör gar nichts. Ich weiß nur so wie du plötzlich redest und denkst immer so. Okay, Eik hat wieder aus Versehen F gedrückt. Ähm, ich move mich dann gleich runter, Sarah. Und dann machen wir hier... Ja, das konnte ich auch reden. Das war eine sehr spannende Folge. Das höre ich doppelt, Benni. Das ist aber nervig. Ich weiß. Dann hör auf damit. Hä? Oh, mich will jemand anschießen. Dann lass dich töten. Nee. Oh, äh. Oh, äh. Äh, 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 äh. Sarah ist sau leise. Boah, schon vier Tage ist Heiligabend. Doch, die redet mit Luca über Handy. Ach nee, hier im DC. Oh Gott, Stimmen im Kopf, Machtgeister. Ja, der Luca will ja was von Sarah, hab ich gehört. Ja, das hat er mir auch erzählt. Okay. Also Melvin, jetzt ist die Frage, wird sie Sarah lieber an mich verlieren oder an Luca? Was wär dir lieber? Hm. Wenn du wirklich die Wahl hättest zwischen mir und Luca, wen sollte Sarah dann nehmen? Hätt, wenn ich wirklich die Wahl hätte. Hm? Luca würde ich halt eher nicht nehmen, ne? Ohhhh. Aber bei dir ist auch so ne Sache. Ey komm, ich, ich behandle, ne. Du hast halt nur die, äh, Option, Luca oder mich. Es gibt bestimmt noch ne dritte Option. Nein, diese fällt dieses Mal aus. Aber du, ganz ehrlich. Erstens, hier sind Lichtschwerter. Oh Mensch. Und... Und zweitens... Nee, ich kann kein Smetran. Ich würde Sarah ja sowieso mit Respekt behandeln. Weil ich das mit jeder Frau mache. Außer mit Frauen, die Nova heißen. Oh mein Gott, ne Kampfansage. In der Aufnahme. Oh oh. Ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich bin so ein Mensch, so bin ich, so bleib ich, so lebe ich. Ich kann diese Person sowieso nicht ab. Von daher... Die guckt meine Videos nicht, von daher ist mir das scheißegal. Äh, Ben, warte, wir gehen, machen den hier zusammenput. Ich brauche auch noch halbe Schild. Äh, komm her. Und... Hat... Hat eigentlich irgendjemand diese komische Pistole da? Oh Mann! Oh Mann! Krass. Killed wieder. Ich bin so gut angehittet. Das ist nah einfach. Okay, Melvin. Es flinkt nicht so. Okay, Melvin, nächste Frage. Nächste Frage, alles klar, nee. Was wäre, du hättest die Qual dabei zwischen Annika und Nova? So da würde ich... Dann lieber, äh, Annika nehmen. Okay. Benni. Hm? Annika und Sarah, wen würdest du eher nehmen? Scheiße. Keine Ahnung, beide sind verrückt. Sarah ist wieder dann Annika. Auch Annika. Nee, dann Annika labert mit einem Kpop-Voll. Das ist ja... Das ist das erste Mal egal. Beides ne schlechte Wahl. Ja, oder Melvin dann höchstens noch, ne? Achso, Benni, ne? Melvin ist... Erstens das und zweitens Melvin ist eh ne schlechte Wahl. Ja, Annika auch. Aua. Im Nachteil der Annika ist... Oha. Äh, hier, braucht die jemand für die Aufgabe noch? Was denn? Ja, ich. Dann komm und mach jetzt auch mal drei Kids damit. Oder zwei, äh, zwei. Für mich zwei, ja. Ausgedachtes Überlebensmedaille. Juhu. Aber was soll ich dagegen austauschen? Irgendwas? Nee. Wenn jemand mir die Kids nimmt, dann. Äh, ich hab keinen Platz. Ja, dann mach ich das nächste Mal. Der schmeißt nie mehr Granaten. Boah. Ach nicht. Äh, achso, wo waren wir stehen geblieben? Okay, Melvin. Bei irgendwelchen kritischen Fragen. Du hast die Qual der Wahl. Entweder... Entweder... ...ein Leben lang YouTube Aufnahmen mit Kindergarten... ...oder nie monetarisiert werden. Oh. Ich muss mit YouTube mehr Geld verdienen. Das heißt, äh, nie wieder... ...ein Monetarisierung. Okay. Ich brauch nämlich, äh, kein Geld. Okay, ähm, Melvin. Ne, jetzt ist Benni dran. Mann, haha, lol. Du... ...lieber... ...mit... Äh, Sonja. Die kennst du ja mittlerweile auch. Oder mit Elsa. Also... Da muss ich halt wirklich sagen, Sonja. Okay. Ähm... Das musst du bei mir im DC gucken. Ja. So, jetzt ist Benni dran. Haha, lol. Und... Benni. Eike, was ist denn eigentlich mit dir? Ne, ihr fragt... Frag mich doch mal was. Ich weiß aber nicht. Äh... Melvin, hast du... Hast du keine Lichtschirchen genommen? Hast du den Weg ab? Ja, bei irgendjemanden kratzt das so grad im Hintergrund. Gut. Nice. Bei mir kratzt gar nichts. Mein Handy ist auf dem Boden. Dann war das bei Benni, wo es gekratzt hat. Ich hab mir nichts gehört. Es hatte grad gekratzt. Also... Ja, aber dein Handy liegt auf dem Boden. Ja, ich sag ja, das wird... Ich hol mir dort noch mal kurz den Schildrang. Wenn das einer ist. Aha. Oh, fuck. Ich brauch auch einen. Äh... Vielleicht sollte man mal in die Zone laufen. Äh... Okay, weil hinter mir wird... Vor mir wird geschossen. Äh... Nee, ihr könnt mich ruhig was fragen. Die fallen aber... Ähm... Irgendwas? Oh, hier sind faktische Schrott. Lieber Benni oder Luca. So. Oh. Nee, da werd ich lieber... Da werd ich lieber Zoi Nuka. Zoi Nuka. Bin ich... Zoi Nuka, eierlos. Achso. Das ist, äh... Da werd ich lieber Zoi Nuka. Okay. Das ist ne Ansage. Mhmm. Melvin oder Luca? Jetzt, äh... Hm. Oh, ja. Ja. Das... Dann wird ich trotzdem Zoi Nuka werden. Weil ich kann... Aus... Privaten Gründen schwuler einfach nicht ab. Und ich werde auch selber nie schwul werden. Schwul sein oder sterben? Sterben. Uiuiuiui. Ähm... Alex hassen oder Sarah hassen? Nee, das ist ne dumme Frage. Ja. Also... Kann ich dir... Ganz ehrlich... Kann ich dir ganz ehrlich beantworten. Alex hassen, Sarah lieben. Oh, XP. Oh. Mel... Entweder mit Melvin zusammen sein oder... 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 Nee. Doch. Entweder Melvin hassen oder mit Alex zusammen sein. Da sind... So leid es mir tut Melvin hassen. Aber das wird ja nie kommen, hoffe ich, ne? 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 Kommt drauf an, wie du dich benimmst. Vielleicht sollten wir nicht zu laufen, statt davon weg zu laufen. Achso, stimmt ja. Ähm... Ich bin ja nicht vor kurz. Richtig anständiger. Melvin, wen hättest du lieber als Vater? Deinen jetzigen oder mich? Oh. Also, Papa, falls du diese Folge guckst, ne? Bei i tüft' ich länger wach bleiben. Oh. Ich hätte... Äh... viel besseres... Naja, ich habe auch... Dings... Du hättest definitiv besseres Internet. Ah? Ja, ich habe eine 100k-Leitung. Ja, das ist so ne... Das ist so ne Sache, aber... Und... Playstation und PC laufen beides über die, äh... Internetverbindung. Top. Hm. 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 Also, jetzt sag... Ich oder dein Vater? Wen hättest du lieber als Papa? Ah, ich... ich glaube, das ist so ne Zwischensäure hier. Ich habe vielleicht... Äh, ja. Vielleicht doch... Nel. Ja, jetzt! So, nicht leben. Nicht leben. Äh... Nee! Mach! Mach! Ich... Ich... Ich pass auf. Ich... 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 Hier ist dann ne... Leila ne Pump. Woa... Slack. Aua. Ja, weil die draußen schießen. Hat jemand einen Medikit? Äh... Nee. Aber hier ist ne... Leila ne Pump. Hier draußen. Wo? Da hinten, genau. Wenn wir noch einmal schießen, bitte. Ja... Da ist halt nur noch eine. Ja, okay. Ey, letztlich tue man wieder selber auch. Die ballern draußen rum. Es leben noch. Fünf... Sechs. Warte mal. Ich hab ne taktische Schrotflinde. Da brauch ich keine Leila ne Pump. Ja, da hinten. Ne, hier oben hoch. Hier oben auf dem Berg. Oh man. Ja. Das da oben sind auf Minimum zwei Mann, wo ich markiert hab. Okay. Wir müssen halt jetzt echt aufpassen hier. Ja. Hat jemand Schild? Die Zone kommt doch gerade. Doch, ich hab noch vier Minis. Das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir runter komme, bin ich am Arsch. Ich hab mich hier ein bisschen verstanden. Äh, hier ist einer gestorben. Durch deine Falle melden. Alles Leila, Lourdes. Was? Naja, das hab ich in goldenen. Hier, äh, ich... Achtung! Irgendwo ist ne Tür gegangen. Das war ich. Das war ich. Okay. Die Minis für, äh, Dings, die ich runtergeschmissen hab. Für, für, für Benni. Es leben noch... Drei. Ne, die Minis kann ich nicht benutzen. Ich brauch nen Biggie. Achso, ne, hab ich nicht. Ja, hier ist jemand mit Laserschwert. Ja, die sind genau da. Genau. Ich komm runter, wartet. Die, gut, die kommt von der Seite. Ja, die kommen von der Seite. Von hier. Die aufs Dach, Sniper. Oh! Oh! Crap! 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 Die kommen wahrscheinlich irgendwo von der Tür oder so. Oh! Was heißt? Ähm, wo sind die? Die kommen von der Seite. Ich weiß! Nein, die sind nicht mehr hier. Los, ab in die Zone einfach rennen. Oh, ab in die Zone. Was machst du? 990er hell. 100er hell. Pass auf, man. Das ist ok Zwei genannt, zwei genannt Ja ja ja, da ist noch einer Baut das doch unten ab, dann fällt er runter Jo Ja Letzter Schuss Geil Episch Geil 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 Geil